Ein einhökriges Chameleon heißt Dromedarion. Folgendes. Endlich ist es wieder soweit. Wir machen endlich mal wieder die Kategorie Interessante Fakten über Tiere. Und heute sind Chameleons dran. Hurra! So, wir haben auch wieder einen Einzähler. Das ist heute der Kanal Die Unkis. Schaut da mal vorbei, klickt da drauf, um den Kanal zu besuchen und here we go. Numero 1 Ich habe kürzlich einen Chameleon gesehen. Das war wohl ein sehr schlechtes Chameleon. Die Zunge eines Chameleons ist ungefähr das eineinhalbfache ihrer Körperlänge. Im Gegensatz zum Menschen können sie mit ihrer Zunge den Ellbogen berühren. Sogar den Ellenbogen von anderen. Chameleons ändern nicht ihre Farbe, um sich der Umgebung anzupassen. Das ist ein Mythos. Chameleons ändern ihre Farbe, je nachdem wie warm ihnen ist und wie sie sich emotional fühlen. Je wütender ein Chameleon ist, desto dunkler wird es. Wenn Cerno Jobatai ein Chameleon wäre, wäre es ein sehr wütendes Chameleon. Das gelassenste Chameleon allerdings ist der junge George, das Kama-Chameleon. Quatre Die Augen eines Chameleons können sich unabhängig voneinander bewegen. Vor seinem Unfall war Kaldal ein Chameleon. Cerno Jobatai Chameleons hören sehr schlecht und sind neben den Menschen die einzigen Tiere, die ein komplettes Justin Bieber-Konzert ertragen können. Justin Bieber? Behaftet wurde allerdings, weil er der post-kubertären Welt zu sehr auf die Nerven ging. Cerno Jobatai Das Wort Chameleon kommt aus dem Lateinischen und heißt Erdlöwe. Die spinnen die Römer. Erstmal, weil ein Chameleon überhaupt nicht wie ein Löwe ist und zweitens, weil Erdlöwe redundant ist. Oder gibt es etwa Löwen, die fliegen? Jeder Löwe ist ein Erdlöwe. Cet Und zu guter Letzt, ein reiches Chameleon wird Chameleonär genannt. Ein süßes Chameleon, Karameleon. Ein einhögriges Chameleon heißt Tromedarion und um Kuchen zu backen, braucht man außerdem Karzuckerion, Karhefion, Karbutterion und so weiter und so fort. Wenn ein Chameleon den Stromanbieter wechselt, ist es ein Chamele-Yellow. Und wenn ein Chameleon schläft, nennt man es Chamele-Off. So, das war's. Jetzt möchte ich von euch wissen, damit die Serie weitergeht, interessante, lustige Fakten über Tiere, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Egal welches Tier, einfach was ihr wisst. Ob es stimmt oder frei erfunden ist, vollkommen egal. Vielleicht taucht es dann hier mal auf. Nochmal danke an unseren Einzähler, die Unkis. Falls ihr auch mal den Einzähler machen wollt, macht den einfach. Macht einfach ein Video, schickt es mir, dann kommt ihr vielleicht mal drin vor. Und jetzt natürlich, damit viele Leute auch noch Fakten für diese Kolumne beisteuern, möchte ich natürlich, dass ihr dieses Video verbreitet wie Sau. Daumen hoch kriegt, klickt, 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 klickt. Kommentare drunter schreibt, es auf Facebook, Twitter und so weiter teilt. Ach, ihr wisst das ja schon alles, das war's. Meinen wir auf. Ha, 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 äh. Das gelassenste Chameleon allerdings ist Georg. Das gelassenste Chameleon allerdings ist der junge Georg. Habt ihr schon mal Löwen gesehen, die fliegen. So Leute, jetzt zum jungen Georg. Ich hab den Witz fünf Freunden erzählt und vier haben ihn nicht verstanden. Also Junge ist auf Englisch Boy, Boy, George. Das war der Sänger der Band Culture Club und einer ihrer Hits lautete Karma Chameleon. Fertig. Und hier in der Endcard stelle ich heute mal was anderes vor, nämlich Playlists. Der Eurovision Song Contest ist ja bald und eine meiner Bühnen, nur wenn es der improvisierte Eurovision Song Contest ist. Und wenn ihr auf das große Videofenster klickt, kommt ihr zu einer Playlist mit vielen Auftritten davon. Und da das improvisiert ist, ist jedes Video anders. Also schaut alle an und rechts in dem kleineren Fenster geht es zur Playlist mit allen Videos zu lustigen Wacken über Tiere. Hurra! Und auf den Rest anklicken. Kamen, 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 Kamen Vielen Dank.